Mit meinem Blog, Poops of Doom, auf meinem Buch, Kochbuch of Doom, anscheinend ja. Kochbuch vor allem. Ja, was glaubst du, was Pachi die ganze Zeit liest? Twilight? Nein, don't forget, Twilight is a literature! Wie konnte ich das noch vergessen? The next time is awesome. Eigentlich müsste Pachi sich jetzt irgendwie Arjas Kopf schnappen und immer wieder gegen die Tafel knallen. Yay! Pachi mutiert zu Sykes. Und vor davon, Ultimate and Super Awesome, Master Spark! Blark of Doom. Blazor. Damit hätten wir schon mal... Nein! Oh fuck, ich will doch den Knopf nicht drücken. Wieso drückst du mal den Knopf? Wieso drückst du den Knopf? Ich drück den Knopf nicht. Aua! Pachi, warum machst du nichts? Pachi? Was ist los mit dir, Pachi? Ich nenn sie jetzt nur noch Pachi. Pachi? Wollen wir sie jetzt nur noch Pachi nennen? Oder Pachi, ne, Pirat? Pachi, der Pirat, genau. Ich bin Pachi, der Pirat. Okay, ich muss erstmal meine Ruhe vor diesem schwarzen Todesfussel haben, bevor ich irgendwas machen kann. Und dann hat mich grad ein Geist geküsst. Hä? Ja, ein Kuss eines Geistes hat mir wehgetan. Ich bin ja Pachi. Geister, können dich mit einem Kuss töten? Oh ja. Jedenfalls nicht töten, aber du weißt, glaub ich, was ich meine. Sie können einen damit so weit zur Verzweiflung bringen, dass man Selbstmord begeht. Zusammen mit seinem besten Freund der Toilette. Oh Gott. Diese gebrannten Mandeln, wenn ich jetzt aufstoße, schmeckt das immer noch danach. Hm, ich hab immer noch diesen leckeren Geschmack der Kokosdinger im Mund. Dieser Kokosnusskugeln, die wie Raphael klingen. Sagen wir's so. Okay, ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Was wollte ich grad sagen? Ich wollte grad irgendwas sagen. Kennt ihr das, wenn ihr was sagen wolltet, aber vergessen habt, was ihr sagen wolltet? I know that very well. It sucks to be me. Oh, Marissa! Ich bin total vergesslich. Wer ist das nicht? Ja, ich bin die größte Vergesserin überhaupt. Wer benutzt Master Spark? Ich. Ich. Jetzt den richtigen Knopf wieder drücken, Shadow. Der Master Spark ist keine Kombinationsattacke. Oh boy. Das ist ein Angriff, den man einmal einsetzt und nicht als Kombination. Also nicht zweimal hintereinander. Das sollte ich mir merken. Los, Patsche! Der kleine, aber fahre Unterschied. Vor allem der Unterschied bei diesen schwarzen Fusseln ist ja, wenn die erstmal am Rollen sind, hält sie niemand mehr auf. Waaah, waaah, waaah. Das sind so die, ähm, die Rumbos unter den Fusseln. Rambo! Echt mal, das sind Rumbos. Die denken sich, ich bin ein schwarzer Fussel. Was soll mich das interessieren? Die müssen nicht nur sehen und denken, jetzt bin ich Rambo. Und wahrscheinlich sagen die auch noch, hasta la vista, Baby. Nee, das ist vom Terminator, also vom Schwarzenegger. So ein Scheiß. Los, nimm das, du Geist! Okay, was jetzt? Geister! Geister! Weißbrot! Ja, genau, diese Geister, die beschützen die jetzt. Das ist, jetzt hab ich die schon noch zuvor. You know what? You die. You die. You die. You die. You die. Pff, ach. Ja, das nervt, weil man trifft immer irgendwie diese blöden Geister von denen. Und das... Gott, nervt. Potatoes! Potatoes! Ja, Potatoes. Ich mag gerade Potatoes. Ich hab gerade voll... Nee, ich hab keinen Hunger eigentlich. Ich hab gut gegessen. Lecker Flagatellen. Lecker Buletten.